Oh, fühlt er sich gebumst, Alter. Fühlt er sich hart gebumst. Alter, ich muss leider ein bisschen laut werden. Ich muss vom Mikrofon weggehen, weil ich gerade so hart abgehe, Junge. Weil ich gerade so richtig hart abgehe. Und ich hab's ihm richtig gezeigt und ich habe trotzdem meine Truppen... So ist es richtig. Guten Tag, hier ist der Guzoa wieder. Und wir wollen natürlich wieder schauen, ob wir wieder ein bisschen pokaltechnisch hochgehen können. Schauen wir mal, ob wir hier was reißen. Den Riese zuerst setzen ist gar nicht so schlecht. Ja, sieht man. Und jetzt, wie gesagt, genug Abstand, dass wenn er jetzt irgendwie was anderes droppt, jetzt kann ich hier die Luckys noch setzen. So sein oder mein Turm ist... Alter, hat das... Ja, jetzt kommt er mit dem Feuerball, aber das ist wieder extra Elixier. Das ist wieder extra Elixier, das darf man nicht vergessen. Alles kompensiert. Wir sind komplett gleich. Ich hab aber einen Sammler drin. Ich weiß zwar, dass er den Feuerball hat, aber wenn er den schon gegen meine normalen Truppen gesetzt hat, bin ich der Meinung, dass er den nicht gleich auf meinen Elixiersammler raufballern wird. Gleicher Aufbau nochmal. Gerne, kein Problem. Ich bin ein bisschen später als er. Kann also noch ein bisschen besser auf seine Sachen reagieren. Ich lass mir die Barbaren. Jetzt. Sein King, sein Riese erreicht es nicht. Weg sind seine Lakaien. Ich hab noch ein schönes Schild. Jetzt nicht mehr so. Ah, okay. Wut ist natürlich richtig doof. Da muss natürlich jetzt richtig was gehen, klar. Da musste jetzt gekontert werden. Ich hab aber jetzt den Vorteil gehabt, durch den Wut hat er natürlich wieder Elixier verballert. Komm, setz nochmal hin, Riese. Du machst das garantiert nochmal. Hm. Du hast aber nicht verstanden, dass die Taktik nicht aufgeht. Beziehungsweise, dass ich ein Elixier halt Vorsprung habe. Mindestens. Ah, nee, das warte ich. Ja, okay, dass er den Wut früher eingebracht hat. In Ordnung. Ich setz einfach noch ein Riese. Try this one. Oh, ich hör jemand Aua schreien. Elixiersammler, weil ich jetzt wieder... Ich hab die Zeit. Beziehungsweise das Elixier auch. Sehr gut. Also, er ist so ein typischer Unbelehrbarer. Also, jetzt haut er garantiert nochmal ein Wut raus. Wenn er den noch haben sollte. Oh, der reicht nicht mal mehr für ein Wut. Okay. Damit hätte ich jetzt schon noch gerechnet, dass er den noch zieht. Aber gut. Passt halt. Jetzt hätten wir Pfeile. Ah, okay, Valkyre. Ja. Zack. Jo, passt. Ganz gechillt. Hexekillen? Ja, gut geklappt, Junge. Riese rein. So läuft es. Valkyre hat keine Chance. Der Riese schiebt sie einfach vor sie her. Vor ihr her. Vor sich her. Wie auch immer. Zack. Das ist halt wirklich sowas, wo ich sage... Da verstehe ich die Leute echt nicht. Also, das ist so eine Sache. Ich sehe... Der kontert das Dick sehr, sehr, sehr gut. Da muss ich doch nachdenken und sagen, gut, okay. Muss ich anders angreifen. Muss ich irgendwie komplett... Überraschungsmoment. Wenn ich natürlich wiederum sehe, oh, er kann darauf nicht kontern. Klar, haue ich natürlich immer wieder darauf. Pokéhöchststand nicht überheblich werden. Kriegen wir die 2000 Pokale. Ich hoffe es. Also, jetzt noch nicht gleich, aber... Er ist relativ gleich auf. Gleich Elixiersammler. Dass ich gleich wieder die Zeit habe. Dass der Elixiersammler für eine gewisse Zeit gleich läuft. Mal gucken, nicht, dass er gleich einen Feuerball wirft. Kann ich, denke ich, gut kontern. Das sollte passen hier. Zack, yo. Ah, er hat kleine Truppen, die ich jetzt wegfeilen kann. Schade, nicht genug. Na, dann lasse ich es. Dann lasse ich es, glaube ich. Dann lasse ich sie jetzt kommen. Weil, hätte ich die Pfeile geworfen, wären wieder drei weg gewesen. Elixier. Ist es nicht wert. Ist es absolut nicht wert. Ne, Musketiere nehme ich lieber. Ja, sehr genau so wollte ich es. Dass sie nicht meinen Turm anvisiert, sondern, dass ich da noch sage, gut, okay, komm, die Musketierin, lasse ich daran glauben. Okay. Schade. Dass er den hat im Deck. Das ist nun mal nicht anders. Kann ich nicht ändern. Da freue ich mich schon auf die nächste Stufe, auf jeden Fall. Ich brauche die Barbaren. Die Barbaren brauche ich definitiv. Dass ich hier defen kann. Sehr gut. Er hat jetzt nichts, was er... Ah, das sollte gut klappen. Da kommt er vielleicht maximal gerade so ran. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ich sehe jemanden, der hier richtig aufs Maul bekommt. Extremst gut. Klar, jetzt wieder Push vorbereiten. Langsam. Mein Elixier ist eh weg. Das ist nun mal so. Hier keine Kobolde setzen. Passt. Vorsichtig. Jetzt kommt der Feuerball. Sehr wahrscheinlich. Deswegen den Riese und keine einfachen Truppen. Ich behalte mir die Barbaren. Die kommen jetzt. Genau. Jetzt kommt der Feuerball. Einwandfrei. Jetzt kann ich reinknallen. Und jetzt gehe ich sogar von hinten. Noch ein Riese. Das ist halt dieser Vorteil. Jetzt schnell den Bomber weg. Ganz genau. Passt. Er hat noch ein Riese gedroppt. War jetzt nicht unbedingt clever von ihm. Aber wenn er natürlich jetzt noch einen Feuerball hätte. Das wäre natürlich ein Game Changer gewesen. Da hätte er natürlich meine ganzen loweren Truppen richtig rasiert. Ganz genau so sieht es nämlich aus. Wenn es kein Three Crown wird. Nicht weiter wild. Ist nicht schlimm. Einwandfrei. Wäre natürlich geil gewesen mit einem Three Crown. Auf jeden Fall. Aber passt. 30 Pokale. Ey. Ich bin so knapp. Alter. Yes. Alter. Ich freue mich gerade ein bisschen hart. Auf zum hoffentlich letzten Kampf. Bei sowas schreibe ich auch mittlerweile echt nicht mehr zurück, weil mich das doch ein bisschen rausbringt. Es ist nicht mehr Ultimo. Oh. hat er ihn geschoben habt ihr das bitte gesehen hardcore hat er ihn geschoben weiter aufbauen wieder aufbauen ich habe die barbaren damit rechnet er jetzt definitiv nicht schnell weg richtig gut gekontert ja komm eismagier sollte jetzt gleich down gehen weil er könnte jetzt wieder einen king genau könnte wieder einen king droppen der jetzt aber down geht oh what's going on er hat definitiv gute truppen er ist mir truppen mäßig richtig überlegen ich muss jetzt gut kontern er hat jetzt over time jetzt ok jo passt ich denke das hätte mich schlimmer treffen können ja geht aber noch passt barbaren vorgesetzt und mit lakaien dass ich den eismagier weg krieg hier jetzt beschäftigt er sich nur noch mit den lakaien und jetzt mit den kobolden sehr geil läuft der pecker zurück alter ist das eine session junge ist das eine session bitte oh geiles pferd alter geiles richtig alter richtig krasses ding oh fühlt er sich gebumst alter fühlt er sich hart gebumst alter ich muss leider ein bisschen laut werden ich muss vom mikrofon weg gehen weil ich gerade so hart abgehe junge weil ich gerade so richtig hart abgehe und ich hab's ihm richtig gezeigt und ich habe trotzdem meine truppen so ist es richtig oh nice junge und ich bin über 2k pokale oh yes jo und dann gegen so ein pferd gegen so ein pferd alter ganz genau ich hätte truppen mäßig war ich ihm ultra unterlegen aber richtig ultra ich hoffe ich bin nicht zu laut alter alter verwalt er da muss man sich jetzt erst mal ein iso sport von freestar aus dem hause lidl gönnen alter richtig hartes ding alter und ich habe jetzt einfach die harte möglich ich darf nicht so tut mir leid tut mir leid wenn ich so jetzt wieder ganz vorsichtig also ich freue mich ich freue mich halt richtig weil das war halt wirklich nicht so ja ich habe das geschafft er hat mir gegeben und so weiter und so fort beziehungsweise ich habe das halt einfach so bekommen nein das war meiner meinung nach ein richtig verdienter sieg und den den gönnen wir uns jetzt bitte noch mal ich will das sehen er hat allein er guckt euch das bitte an er hat die pumpe die er gleich rausknallen kann und auch macht setzt sie gleich ich hätte gleich als am anfang gleich gesetzt so jetzt hat er den nachteil er hat den pecker die ganze zeit und will den natürlich noch nicht droppen vollkommen richtig verstehe ich vollkommen dass er den nicht droppen wollte das war überraschungsmoment pur auf jeden fall und genau genau dann kam das ja mit dem prinz wo er den eismagier so hart geschoben hat gebt euch das bitte jetzt mal zieht euch das bitte rein und dann rennt der prinz wieder dreht sich um und hittet den turm klar aber dieser special hit ist ja weg richtig hart also das ist das ist bis jetzt definitiv mit abstand das beste battle bis jetzt gewesen auf jeden fall also nichts war so spannend und geil also guckt oh guckt gebt euch das oh so geiler scheiß da habe ich dann gesehen scheiße er hat den feuerball mist richtig richtig daneben und guckt mal er hat bis jetzt immer noch nicht den pecker gedroppt klar er ist natürlich auch übel im zugzwang er kann nicht einfach ein pecker droppen weil die elixier passt nicht da hat das hat er total fail gemacht dass er da den prinz gesetzt hat der war so schnell down weil er hätte ja theoretisch den dieses nutzen müssen dass der prinz halt richtig power aufbaut das was er da gemacht hat war für den hintern so und jetzt hätte er noch total das game drehen können aber richtig hart ich dachte mir halt okay ich habe 1200 und so jetzt hat er 7 er hätte die ganze zeit den sammler auch droppen können hat er nicht gemacht also hier so eine sache gegen gegen sowas halt zu kämpfen ist für mich total easy sag ich mal wenn ich halt sehe dass der gegner eine total schnelle oder nee andersrum eine total harte truppe hat die aber leicht abzulenken ist ihr seht es ja selber guckt mal wie ich mit dem rumspiele da warum der jetzt aber wiederum zurückgegangen ist finde ich richtig hart guckt mal ich habe volles elixier und jetzt noch die möglichkeit hier halt zu kontern zu feilen und ich also ich leide das spiel halt total alter ganz ehrlich das ist das ist zucker guckt mal er kommt gar nicht guckt euch mal oben seine seine liga an hier hier ein einzelner eismagier den runter zu schicken total für den hintern was will er damit der eismagier alleine der ist hä der muss in kombo laufen ganz klar boah läuft alter läuft also damit damit kann ich euch definitiv äh erstmal tschüss sagen also auch der Guzoa hat es geschafft endlich zweitausend Pokis und ihr ihr seht es halt selber also man hätte sich ja wirklich heransetzen können hätte sagen können ey hier komm äh spiel mal für mich und äh ich nehme hier keine livefights auf sondern mache einen commentary draus so seht ihr einfach auch mal ähm dass auch aus dem totalen Boon-Spieler sage ich jetzt mal dass der auch halbwegs hochkommen kann klar ist 2000 noch nicht hoch aber ihr wisst was ich meine also man kann es schaffen langsam nicht nicht zu viel wollen guckt mal hier mal Sieg 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 Niederlage Sieg Unentschieden Sieg so geiler Scheiß ganz ehrlich ohne Witz die 2000 habe ich definitiv die habe ich echt verdient ich danke euch auch dafür haut mal rein ciao ciao sollt an